Hallo, Leute von Borussia Mönchengladbach! Wir haben eine Neuigkeit mit euch zu teilen, Oskar Fraulo wurde für ein Jahr an den FC Utrecht ausgeliehen, einen Verein aus der niederländischen 1. Liga. Das ist eine großartige Gelegenheit für unseren jungen Mittelfeldspieler, mehr Erfahrung auf dem Spielfeld zu sammeln. Laut Roland Wirkus, unserem Sportdirektor, wurde diese Entscheidung getroffen, um das Talent von Fraulo bestmöglich zu fördern. Aufgrund des harten Wettbewerbs im Team in dieser Saison hätte er nur wenige Chancen auf regelmäßige Einsätze gehabt. Da er mehr Spielzeit für seine Entwicklung braucht, ist die Ausleihe eine ideale Lösung. Oskar Fraulo, 19 Jahre alt, kam letztes Jahr von FC Midtjylland zu Borussia. Er hatte bereits einige Einsätze in der ersten Mannschaft, aber die Idee ist nun, dass er mehr Praxis auf dem Feld bekommt. Die Laie zum FC Utrecht, einem etablierten Verein in der niederländischen 1. Liga, bietet genau diese Möglichkeit. Und ihr, was denkt ihr über diese Entscheidung? Glaubt ihr, dass die Laie zur Entwicklung von Fraulo beitragen wird? Teilt eure Meinungen in den Kommentaren mit! Lassen Sie uns unsere Borussia und ihre Talente auf dieser weiteren Reise weiter unterstützen! 1. 2. 2. 10. 11.